Okay, als nächstes hätten wir ein Abendessen mit der Teen-Pop-Sensation Herne-Montaner. 5.000 Dollar. 6.000. 7.000. Also gut, wollt ihr nicht gleich alle vortreten und mir gepflegt eine verpassen? 7.000 zum Ersten. Ich muss zugeben, ich bin nervös. Nicht, dass ich an irgendeinen Trottel gerate. Zum Zweiten. 10.000 Dollar. Ist das... Das kann nicht sein. Oh, verflixt. Hallo, Hase. Zieh dir was Schickes an, aber keine Absätze. Ich hab keine Lust zu klettern. 10.000 zum Ersten. Leute, unternimmt was. Ich hab alles für Roy verprasst. Ray, Ray. Weißt du was? Lass einfach gut sein. Hier. Hier sind 100 Dollar. Spiel lieber Golf mit Schniefi mit Popel. 10.000 zum Zweiten. 15.000 Dollar. Verkauft. 15.000 zum Ersten. 16.000. 17.000. 18.000. 18.000. Von dem kleinen Mann mit dem großen Portemonnaie. Und wie halten wir ihn auf? Ich steh dir bei. Selbst wenn Rico gewinnt, wie schlimm kann's schon werden? 19.000. 19.000. 20.000. 19.000 zum Ersten. Und zum Zweiten. Bringst du Ende, Baby. Bringst du Ende. 20.000. 20.000. 20.000. 20.000. Sorry, Kleiner. Es gibt immer ein nächstes Mal. Es sei denn, Hannah Montana will doppelt so viel Spendengeld und macht dies zu einem Dinner für drei. Donny, ich finde das geht zu weit. Denk dabei einfach an die Strände. Ich bin dabei. Einen Applaus für Herna Montana.